Flughafen Zürich Der Flughafen Zürich, früher auch Zürich-Kloten genannt, international, Surik Airport, ist der größte Flughafen der Schweiz. Er liegt 13 Kilometer nördlich des Zentrums der Stadt Zürich auf dem Gelände der Gemeinde Kloten und teilweise der Gemeinden Opfikon, Rümlang, Oberglatt und Winkel. Hintergrund der Flughafen Zürich ist der größte Flughafen der Schweiz. Er wird durch die börsennotierte Flughafen Zürich AG betrieben. 2009 wurde er von über 8 Millionen Reisenden in der Skytrax-Umfrage zum besten Flughafen Europas gewählt. Weltweit landete er auf dem vierten Platz. 2012 erhielt der Flughafen zum neunten Mal in Folge den World Travel Award in der Kategorie führender Flughafen Europas. Der Flughafen dient als Drehkreuz der Fluggesellschaften Swiss und Lufthansa und ist Heimatflughafen der Fluggesellschaften Swiss, Berlea, Edelweißer und Helvetik Airwes, sowie Sitz der Schweizerischen Rettungsflugwacht, Rega. An- und Abreise der Flughafen Zürich ist auch in den Hauptverkehrszeiten mit allen Verkehrsmitteln sehr gut angebunden und schnell erreichbar. Mit der Bahn die Bahnhöfe und Tram sowie Bushaltestellen sind gut ausgeschildert und direkt von den Ankunftshallen erreichbar. Die Abfahrtspläne der Züge stehen bereits an den Gepäckbändern stets aktuell angeschrieben. Der Flughafenbahnhof liegt unterhalb des Airport Shopping. Check-in und die Ankunftshallen 1 und 2 sind in wenigen Minuten erreichbar. Von und zum Hauptbahnhof Zürich verkehren Züge während den Hauptverkehrszeiten im 10- bis 20-Minuten-Takt. Regelmäßige direkte Intercity- und Interregio-Zugverbindungen verbinden den Flughafen mit allen wichtigen Verkehrsknoten der Schweiz, Basel, Bern, Brieck, Genf, Lausanne, Luzern, Konstanz, Romanshorn, St. Gallen und Zug im Halbstundentakt oder Stundentakt, von wo aus weitere Destinationen erreicht werden können. Es könnten alle Zugstypen mit demselben Ticket verwendet werden. Züge Richtung Zürich HB verkehren größtenteils ab Gleis 3 und 4. Internationale Verbindungen Es verkehrt als direkte internationale Verbindung ein EC, Eurocity, von und nach München mit der Wegstrecke Zürich, Zürich Flughafen, Winterthur, St. Gallen, St. Markreten, Bregenz, Österreich, Lindau, Deutschland, Memming und Kempten, Buchlohe, München Hauptbahnhof zusätzlich verkehrt ein IR, Interregio, nach Konstanz, Deutschland. Reisende aus Stuttgart können mit dem IC über Zürich HB fahren, Fahrgäste aus Richtung Mannheim fahren mit dem ICE bis Zürich HB und steigen dort um. Mit öffentlichen Verkehrsmitteln zum Flughafenbahnhof Mit der Tramlinie 10, Zürich, Bahnhofplatz HB, Zürich Flughafen, Bahnhof, Zürich Flughafen, Frachtlinie 12, Städtbach, Bahnhof, Zürich Flughafen, Bahnhof, Zürich Flughafen, Bahnhof, Zürich Flughafen, Fracht Mit dem Bus Linie 510, Kaiserstuhl AG, Bahnhof, Stade B, N, Niederglatt ZH, Oberglatt ZH, Rümlang, Zürich Flughafen, Bahnhof, Linie 520, Embrach Robers, Bahnhof, Zürich Flughafen, Bahnhof, Linie 521, Freienstein, Alte Brücke, Zürich Flughafen, Bahnhof, Linie 524, Oberembrach, Dorf, Zürich Flughafen, Bahnhof, Linie 530, Bühlach, Winkeln, Zentrum, Zürich Flughafen, Bahnhof, Linie 531, Bühlach, Bachenbühlach, Schmitte, Zürich Flughafen, Bahnhof, Linie 731, Kloten, Buchhalden, Zürich Flughafen, Bahnhof, Linie 732, Egezwil, Dorf, Kloten, Zürich Flughafen, Bahnhof, Linie 733, Kloten, Zürich Flughafen, Bahnhof Linie 735, Kloten, Zürich Flughafen, Bahnhof Linie 759, Wangenbededorf, Dorfplatz, Dübendorf, Wallisellen, Opfikon, Gladbruck, Zürich Flughafen, Bahnhof Linie 765, Dietelikon, Bassersdorf, Zürich Flughafen, Bahnhof Linie 768, Zürich Ehrlichon, Zürich Flughafen, Bahnhof. Des Weiteren halte Fernbusse und andere von Flixbus am Flughafen. Mit dem Taxi an der Ankunftshalle 1 und 2 verkehren Taxis, diese müssen normalerweise nicht im Voraus reserviert werden. Es stehen verschiedene Taxi- und Limousinenunternehmen zur Verfügung, siehe auf der Seite des Flughafen Zürich. Eine Fahrt in die Züricher Innenstadt kostet etwa 60 Schweizer Franken, ungefähr 60 Euro. Auf der Straße der Flughafen Zürich ist durch die Straßeninfrastruktur des Kantons Zürich sehr gut angebunden. Die Autobahnen sind direkt erreichbar über den Flughafen, ein Anfahrtsplan vom Flughafen Zürich erklärt die Anfahrt. Fluggesellschaften und Ziele der Flughafen Zürich ist das Drehkreuz- und Heimatflughafen der Swiss Internationale Airlines, einer eigenständigen Tochter der deutschen Lufthansa. Nicht nur deshalb gibt es Direktverbindungen in viele Großstädte nach Asien, Afrika, Australien, Nord- und Südamerika. Es fliegen von Zürich aus diese Airlines folgende Flugziele an, Stand, August 2013. Terminals landseitig besteht der Flughafen Zürich aus drei Abflugs- bzw. Check-in-Bereichen, 1,2 und 3, sowie zwei Ankunftsbereichen, 1 und 2. Weiter der Check-in-Bereich 3 befindet sich direkt oberhalb des Flughafenbahnhofs im Airport-Center-Gebäude und steht Reisenden der Lufthansa-Gruppe, Swiss, Lufthansa, Germanwings, Eurowings, zur Verfügung. Im Check-in-Bereich 1 am Hauptterminalgebäude, oberhalb des Ankunftsbereichs 1, werden Reisende der Lufthansa-Gruppe abgefertigt. Am kürzlich renovierten Check-in-Bereich 2, oberhalb der Ankunft 2, werden alle anderen Fluggesellschaften abgefertigt. Der Übergang in den luftseitigen Sicherheitsbereich, siehe unten, erfolgt über eine zentralisierte Bordkarten- und Sicherheitskontrolle zwischen den Check-in-Bereichen 1 und 2. Luftseitig ist der Flughafen in vier Abflugbereiche eingeteilt. Im Abflugbereich A, rechts von der Sicherheitskontrolle, werden ausschließlich Flüge innerhalb des Schengen-Raums abgefertigt. Der Abflugbereich B, links von der Sicherheitskontrolle, dient ebenfalls als Abflugbereich für Schengen-Flüge, der in der Etage darunter liegende Abflugbereich D, der dieselben Flugsteige bedient, dient in erster Linie der Abfertigung von Kurzstreckenflügen außerhalb des Schengen-Raums, vor dem Wechsel in die untere Etage findet eine Passkontrolle statt, jedoch werden hier auch vereinzelte Langstreckenflüge abgefertigt. Der Abflugbereich E befindet sich in Satellitenterminal jenseits der Startbahn 1028 und ist über eine automatisierte, unterirdische Kabinenbahn erreichbar. Hier werden ausschließlich Flüge zu zielen außerhalb des Schengen-Raumes abgefertigt, darunter fast alle Langstreckenverbindungen der Swiss. Reisende in der First Class der lokalen Fluggesellschaft Swiss haben zudem die Möglichkeit, sich von der First Class Lounge nahe dem Abflugbereich A mit einer Limousine durch einen Straßentunnel zum Satellitenterminal fahren zu lassen. Ankunft und Abflug Aktuelle Fluginformation, Ankunft, Abflug, Wetter Parken Mobilität Direkt am Flughafen gibt es verschiedene Parkhäuser. Die Parktarife können direkt auf der Seite des Flughafen Zürichs abgerufen werden. In der Regel parkt man bei einem Check-in am Check-in 1 am nächsten im Parkhaus P1 und bei Benutzung des Check-in 3 liegt das Parkhaus P3 am nächsten, und sinngemäß. Das Parkhaus P6 ist mit einem längeren Fußweg erreichbar, dafür etwas kostengünstiger. Hier finden sich auch Ladestellen für Elektrofahrzeuge. Fahrzeuge über 2 Meter Höhe müssen auf dem Parkplatz P60 abgestellt werden. Für die Benutzung des Langzeitparkplatzes im P60 ist eine Online-Buchung notwendig. Ansonsten erhält man bei Einfahrt ins Parkhaus ein Ticket und begleicht die Rechnung, Bargeld oder gängige Karten, am Automaten auf dem Zugang vom Parkhaus ins Flughafenareal, die Preise sind beträchtlich hoch. Bringen und Abholen Vor den Abflug- und Ankunftsbereichen 1 und 2 befindet sich eine Vorbeifahrt an der abfliegende Passagiere abgeladen werden können. Die jeweils linke der beiden Spuren ist dabei für den allgemeinen Verkehr freigegeben, die Rechte der Spuren ist Limousinediensten, Taxen und Hotelschattels vorbehalten. Auf der Abflugebene ist bei der Einfahrt an der Schranke ein Parkticket zu ziehen, das 5 Minuten kostenlosen Aufenthalt im Kurzparkerbereich erlaubt. Pro weitere Minute ist ein vergleichsweise hoher Preis von 1 Schweizer Franken zu entrichten. Auf der Ankunftsebene ist seit der Wiedereröffnung der renovierten Vorfahrten keine kostenlose Einfahrt mehr möglich. Hier muss nun in jedem Fall ein Parkschein für mindestens 15 Minuten kostenpflichtig gelöst werden. Kurzparken Parkhaus B1, Check-in 1 Ankunft 1, Parkhaus B2, Check-in 2 Ankunft 2, Parkhaus B3, Check-in 3 Ankunft 3, Parkhaus B6, Operations Center 1. Dauerparken Parkplatz B60 nur mit Online-Buchung Verbindung zwischen Terminals Die Gäts A und B bzw. D sind direkt miteinander verbunden und schnell in wenigen Minuten zu Fuß erreichbar. Das Gäte E ist mit der Schimetro mit dem Gäte A verbunden. Beim Wechsel von den Abflugbereichen A und B zum Abflugbereich E wird eine Passkontrolle, Ausreise aus dem Schengen-Raum, durchgeführt. Ebenfalls findet beim Wechsel vom Abflugbereich E zu den Abflugbereichen A und B und zum Ausgang eine Passkontrolle zur Einreise in den Schengen-Raum statt. An den E-Gäts ankommende Passagiere betreten den Terminalbereich je nach Abflugort auf einer Zwischenebene, von der aus der direkte Weg, mit der Kabinenbahn, zum Ausgang, mit Einreisekontrolle, und zum Abflugbereich D, ohne Einreisekontrolle, es ist jedoch eine erneute Sicherheitskontrolle erforderlich, angetreten werden kann. Anschlussreisende können die Abfluggebene des Gätsbereichs je nach einer Sicherheitskontrolle unter Verzicht auf eine Einreisekontrolle erneut betreten. Autovermietungen Die Autovermietungen sind in der Nähe des Parkhauses P3 untergebracht. Aktuell sind Aves, Budget, Europcar National LMO, Firefly, Herz und Sixt am Flughafen tätig. Diese sind für gewöhnlich von 6 Uhr, 23 Uhr geöffnet. Aktivitäten Günstig einkaufen im Migrosupermarkt vor dem Abflug Die Zuschauer-Terrassen besuchen, Eintritt 4 bis 5 Schweizer Franken Eine Rundfahrt zu den Höhenpunkten oder eine Besichtigung des Flughafen Zürichs machen. Fahrräder, Inlines-Kartes oder Nordic Walking-Stöcke am Service Center mieten und die Landschaft rund um den Flughafen Zürich auf eigene Faust erkunden. Rundflüge Momentan bieten vier verschiedene Unternehmen Rundflüge am Flughafen Zürich an. Küche, Restaurants und Bars Der Flughafen Zürich bietet zu Schweizer Preisen einige Restaurants. Erwähnenswert ist das Foodland, nahe Check-in 2, in dem die Ketten McDonald's und Nordsee zu finden sind. Dort gibt es auch Pizza und Pasta, Salate und asiatische Speisen. Wer es nobel mag, kann sich die Zeit in der Bar oder im Restaurant des Radisson Blue Hotel, gegenüber der Ankunft 1, vertreiben. Zwei Starbucks vervollständigen das umfangreiche Angebot. Unterkunft in der Transferzone D im Flughafen selbst werden verschiedene Zimmer für Stunden oder Nächte vermietet. Weitere Informationen Die folgenden größeren Hotels befinden sich in der Nähe des Flughafens, nach Entfernung, maximal drei Kilometer Entfernung, aufsteigend sortiert. Gesundheit Es gibt am Flughafen Zürich verschiedene Einrichtungen, die den ärztlichen Notdienst sicherstellen. Diese sind in der Regel täglich geöffnet. Für weitere Informationen siehe die Notdienste des Flughafen Zürichs. Airport Dental Services Zahnärztliche Behandlungen Airport Medical Services Medizinische Notfälle Airport Medical Center Eye Clinic Augenärzte am Flughafen Zürich Wittgrenzt der ärztliche Dienst Praktische Hinweise Der Flughafen Zürich gewinnt regelmäßig Preise für seine gute Wegführung und Beschilderung. Somit ist die Orientierung und Navigation durch das Gebäude vergleichsweise leicht. Wer selten reist, sollte trotzdem genügend Zeit einplanen. Das Personal am Flughafen spricht mindestens Deutsch und Englisch, sehr häufig auch Französisch. Die Sicherheitskontrolle findet auf insgesamt vier Ebenen im Bereich zwischen dem Hauptterminal sowie dem sogenannten Airside Center, dem nur für Passagiere zugänglichen Bereich des Hauptterminals, statt. Fluggäste, die den Wegweisern vom Check-in-Bereich 1 zu den Abflügen folgen, werden hierbei zur Ebene 2 der Sicherheitskontrollen geleitet und betreten das Airside Center auf der Abflug-Ebene. Passagiere, die von den Check-in-Bereichen 2 und 3 sowie vom Flughafenbahnhof in Richtung Abflug gehen, werden auf Ebene 3 abgefertigt und betreten das Airside Center auf der Galerie oberhalb des Abflug-Bereichs. Die Ebenen 1 und 4 werden nur zu Stoßzeiten geöffnet. Im Airport Center Gebäude oberhalb des Flughafenbahnhofs findet man darüber hinaus auf der oberen Ebene, Übergang zum Hauptterminal-Check-in-Bereich 2, eine Gepäckaufbewahrung. Außerdem befinden sich unmittelbar neben dem Check-in-Bereich 3, hinter den Abgängen zum Bahnsteig 3 Viertel, Gepäckschließfächer der SBB. Es gibt am Flughafenfund Büros, Büros der Grenzpolizei, ein Notpassbüro, ein Fahramt und weitere Einrichtungen, die in den verschiedensten Notfällen weiterhelfen können. Oberhalb des Check-in-3, direkt neben dem Foucault betreibt die Schweizer Post eine Filiale, die an sieben Tagen der Woche geöffnet ist. Außerhalb der Schalteröffnungszeiten ist nur der Post-O-Mat zugänglich. Zusätzlich sind die drei großen Telekommunikationsanbieter Orange, Sunrise und Swisscom mit eigenen Läden vertreten. Telefonkabinen gibt es noch, auch wenn diese durch die rasant gestiegene Verbreitung von Mobiltelefonen deutlich seltener geworden sind. Einkaufen am Flughafen ist wie an fast jedem Flughafen ein eigenes Shoppingcenter untergebracht, das an 365 Tagen im Jahr geöffnet ist. Erwähnenswert ist der Migrosupermarkt, der täglich von 6 Uhr, 23 Uhr geöffnet hat und zu den gleichen, günstigen Konditionen wie im Rest des Landes alle Standardprodukte eines Supermarktes vertreibt. Beachten sollte man, dass sich das Einkaufsangebot im Hauptterminal sowohl im öffentlichen Bereich wie auch im Sicherheitsbereich in engen Grenzen hält. Die meisten Einkaufsmöglichkeiten findet man im Airport Center oberhalb des Flughafenbahnhofs auf der dem Terminal gegenüberliegenden Straßenseite, dass man vom Check-in-Bereich 2 über eine überdachte Brücke und vom Ankunftsbereich 1 durch eine Unterführung erreicht. Lounges Abflugbereich Dock E, nur non-Schengen-Flüge Swiss Port S-Pier Lounge Airside Center nahe Abflugbereich B für Schengen-Flüge sowie Abflugbereich Dock E, nur für non-Schengen-Flüge Prime Clis Lounge, Abflugbereich Dock E, nur für non-Schengen-Flüge Swiss Arrival Lounge, Ankunftsbereich BD, oberhalb der Gepäck-Ausgabe Swiss Business Lounge Airside Center nahe Abflugbereich A auf der oberen Ebene sowie Abflugbereich D, nur für non-Schengen-Flüge Swiss Alpine Lounge Airside Center nahe Abflugbereich A, Eingang über die Treppe hinter der Buchhandlung neben den Transitschaltern Swiss Senator Lounge Airside Center nahe Abflugbereich A auf der oberen Ebene Swiss First Lounge Airside Center nahe Abflugbereich A auf der oberen Ebene, Zugang auch landseitig über Rolltreppen vom Check-in-Bereich 1 mit separater Sicherheitskontrolle Seit Anfang des Jahres 2016 stehen darüber hinaus auch im Abflugbereich Dock E jeweils eine Business, Senator sowie First Class Lounge der Swiss zur Verfügung Für weitere Informationen siehe Seiten des Flughafen Zürichs Banken am Flughafen Zürich gibt es Filialen bzw. Bankomaten der Credit Suisse, der PostFinance, der Reifreisen, von Travelex, UPS und der Zürcher Kantonalbank Internet zusätzlich gibt es am Flughafen 60 Minuten gratis WiFi, nach einer Registrierung per SMS erhält man einen Code, der 6 Monate gültig ist, die weitere Benutzung ist dann allerdings kostenpflichtig und sehr teuer Ausgenommen von dieser Beschränkung sind nur die Besucher einer Swiss Lounge, in der man sich mit dem gleichen Code einloggen kann und so dann für einen Zeitraum von 24 Stunden für das gratis WiFi freigeschaltet wird Darüber hinaus ist in den Lounges keine SMS-Registrierung erforderlich Auf Wunsch erhält man an Automaten in den Lounges nach Scanner-Bordkarte einen einmalig gültigen Registrations-Code Duschen Es gibt im öffentlichen wie auch im Passagierbereich Duschen, Preise und Konditionen finden sich hier Darüber hinaus sind die Swiss Lounges nahe des Abflugbereichs A sowie im Abflugbereich E mit Duschen ausgestattet Die Swiss Lounges nach A sowie im Saudi-Code